Ich bin heute auf Barsch und Zander unterwegs. Hier mit dem kleinen Finisher von Lua Junks am Cheburashka Rig. Ja, 8 cm und ich sag mal so, es hat sofort geklappt. Direkt einen schönen Barsch gefahren. Ja, und da ist er. 27,5 cm hat er richtig schön gefärbt. Hier eine kleine Wunde, aber ansonsten echt makellos. Sehr, sehr schön, aber der kommt schnell zurück. Und tschau.